Servus zusammen, immer noch von Mike Sivanovic, wunderbaren Van, möchte ich euch nochmal eine kleine Neuigkeit vorstellen und zwar ein Hochleistungsringschlüsselsatz. Aber nicht einen ganz normalen, sondern einen extra langen. Ich zeige euch mal die Vorteile von dem. Dieser Satz geht von 10 mm bis 20 mm. Wie gesagt, die extra lange Variante. Das Gute daran ist, ihr habt eine abgesetzte Seite und eine komplett bündige Seite. Sprich, wenn es irgendwo sehr eng hergeht, kommt man mit beiden Varianten besser hin. Dadurch, dass es eine ganz lange Bauweise ist, also sprich die extra lange Bauweise, kann man durch die Hebelwirkung natürlich viel mehr Kraft aufwenden. Um euch das mal zu zeigen, haben wir jetzt mal einen normalen 10er Schlüssel genommen und den 10er extra lang. Ihr seht, ihr habt ungefähr ein Drittel mehr Material bei dem Schlüssel. Wenn man es ganz genau betrachtet, sieht man auch den Kopf, der hier rechts ist, von dem Standardschlüssel und der linke ist etwas kleiner. Sprich, man kann noch mal ein bisschen mehr Platz sparen. Das altbewährte Flank Drive System ist natürlich auch mit drinnen und es handelt sich selbstverständlich um unser Chrom-Nickel-Molybden-Stahl. Was soll ich mehr noch dazu sagen? Fragt euren Franchise-Partner. Er wird euch ein geiles Angebot machen. Ciao!